Heute stellen wir unsere drei Fragen Barbara Berg, der Leiterin der SBR Management Akademie. Barbara, wir veranstalten ein Forum mit der Überschrift Mangelware Ehrenamt und man hört aus den Vorständen, dass ganz oft der Nachwuchs fehlt, aus Zeitgründen oder aus Bereitschaftsgründen Posten unbesetzt bleiben. Was ist denn das Besondere an diesem Forum? Ja, das Besondere ist, dass der Professor Lutz Thieme mal die Situation konkret in den Vereinen des Sportbundes Rheinland beleuchten wird. Wir haben vor einiger Zeit in Zusammenarbeit mit dem RheinA-Campus im Rahmen einer Bachelor-Thesis eine Untersuchung zur Besetzung der Vorstandsämter im Rheinland durchgeführt. Ausgangs dieser Untersuchung haben wir eine Befragung unserer Vereine durchgeführt. An dieser Befragung haben sich immer 900 Vereine beteiligt. Das ist ein Drittel unserer Vereine. Ich denke, insofern kann man da also auch wirklich von einem repräsentativen Ergebnis ausgehen. Und im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchungen wurden auch mal Zusammenhänge beleuchtet zwischen der Besetzung der Vorstandsämter, der Vereinsgröße, der Vereinsstruktur, der regionalen Zugehörigkeit. Und ja, wie gesagt, Professor Thieme wird die Ergebnisse vorstellen. In aller Regel wird ja in unseren Vereinen die Motivation für die Übernahme eines Ehrenamts als sehr rückläufig angesehen. Und in vielen Vereinen wird es auch so gesehen, dass es ein exzellenzielles Problem ist. Ob das tatsächlich so ist, das hat unsere Untersuchung ergeben. Sie hat also eine Antwort darauf gefunden. Und ja, aber das Ergebnis werde ich noch nicht vorstellen, sondern das soll Gegenstand des Forums sein. Vier Stunden lang Ehrenamt. Wie kann man sich den Ablauf des Forums vorstellen? Also Professor Thieme wird natürlich zunächst erstmal in seinem Vortrag die Ergebnisse vorstellen. Aber wir wollen unsere Teilnehmer nicht einfach nur mit den Ergebnissen einer wissenschaftlichen Untersuchung nach Hause schicken, sondern die Frage ist ja, was fangen wir denn damit an? Was müssen wir in unseren Vereinen ändern? Was müssen wir anders machen, um hier zukünftig auch mehr Ehrenamtler zu gewinnen oder zu motivieren? Und genau diese Fragen wollen wir mit den Vereinsvertretern immer einen Schluss diskutieren und auch Lösungen erarbeiten, so dass unsere Teilnehmer dann auch mit konkreten Anregungen nach Hause gehen. Wenn wir von Teilnehmern sprechen, an welchen Adressatenkreis richtet sich das Forum? Natürlich in allererster Linie an unsere Vereinsvorstände, die letztendlich ja die Aufgabe haben, auch für Nachwuchs zu sorgen. Hier sind sicherlich am meisten die Vereine angesprochen, die auch Probleme in diesem Bereich haben. Aber selbst die Vorstände, wo es derzeit gut läuft, dort kann es ja auch nicht schaden, sich mal mit der Materie zu beschäftigen. Und natürlich sind auch Übungsleiter und andere interessierte Vereinsmitarbeiter herzlich willkommen. Das waren schon unsere drei Fragen. Vielen Dank, liebe Barbara. Und wir sehen uns dann beim Forum Mangelware Ehrenamt am 16. November im Haus des Sports.